Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Last of Us neben mir hockt der Lukas neben mir hockt der Leo Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play The Last of Us Oh nein Wieso musst du jetzt schon wieder so lachen? Das klang wie nicht von der Pfarrer Nun brechet das Brot und verteilt es unter mir Bestes Deo Bestes Deo Schmier, schmier, schmier Den Schweiß riecht man dann nicht mehr in den Die Bereiche um die Quarantäne-Kronen wurden heftig bombardiert Man sollte so viele Infizierte wie möglich töten Hat geklappt Für kurze Zeit Es ist immer noch so schön Ja Und es ist halt noch dunkel Und guck dir das an das Hochhaus Das da umgekippt ist Das das andere noch nicht mit umgekippt ist Das wundert mich ein bisschen Die Häuser sind stabil Wow Äh, was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja Lang aber als wär's weit weg Wicht Aber kommen sie um die Ecke Äh, sind wir sicher? Vorerst Na los Hm Oh, guck mal Hier ist ein Parkhaus Mhm, ein gelbes Schleifchen Da vorne ist eine Kirche Oh, das ist das Rathaus Dann rück mich das Rathaus Ach, da unten Ja Wir müssen da irgendwie durch So, möglichst lebendig und ungebissen Oh, was? Jetzt ist es nur noch Brachland Und jetzt? Ähm, ich muss den Weg runterfinden Okay, dann suchen wir mal Schauen wir mal Oh, hast du den Bild gesehen? Diesmal hab ich den nicht gesehen Ah, ha, ha, ha Der ist da hinten eingeschlagen Richtig cool Die Old Stone Building Die Old, die Old Stone Bill Inn Bill Inn, ja, Bill Inn, Alter Bill Inn Da hast du jetzt den Bild drin? Ja, ja, alles hab ich's gesehen Sehr cool Mhm Aber irgendein Haus Deswegen gibt's hier eine schöne Aussicht Links oben Hast du da was gefunden? Nein Siehst, was ich seh? Du weiter Ich seh was, was du nicht siehst Soll ich noch was machen? Oh, das hast du ja gesehen Bleib du einfach in ihrer Nähe Okidoki Firefly Anhänger Nice Guck mal, von da kommen wir Schaut cool aus Oh, da hinten ist die Wand Die Wall Der Wall Der Wall, Entschuldigung Die Wand Die Wall auf Englisch Der Wall auf Deutsch Die Waldstraße Ja, klar Ich glaub, hier müssen wir rein Übersetzt wär's aber die Wandstraße Nein, die Wallstraße Hey Tess Ich komme Okay, geh mal da rein Was quietscht denn da gerade so? Das war nicht ich War die Tür Was quietscht denn denn? War ich nicht? War ich nicht? Nein Nein, ich quietsche nicht Das Knarren macht mir eher Angst Das Gebäude kraft Also ich weiß halt nicht, was die Viecher für Geräusche machen Deshalb macht mir das quietschen Ja, die Klicker, die klicken Wow Diese bestechende Logik Ja Und Sicherheitsmann Die Leiche ist noch frisch Das Thema hatten wir ja Ja, vielleicht Trödeln wir nicht rum Okay Jetzt wird's langsam schwand Ich will aber nicht hoch Die Geräusche Sind wirklich Ja, das sind Das ist das Haus Das Unter den Lasten leidet Tja Aber der Fakt Das ist wirklich Das Haus Das macht's Nicht besser Nee Oh, da gibt's was Perfekt Ja Ja Werksachen Hm, working staff and so Jo man Jingle bells man Wow Noch einer Mist Was ist das? Feldansatzprotokoll Jetzt bin ich auch gespannt Lesen Ähm Wer's lesen will, der kann das lesen Hier, les mal Nein, ein paar negative Nein, du wirst es nicht Oh Ich hab nur scheiß negativ gelesen Alter, halt, 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 halt zurück Halt, 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 halt Kaatsch restorig aus Kugeln, die über sich anbunden lagen Ich dachte, rot heißt, ich bin voll Nö Heiß es nicht Nein, okay Fünfter stock Level 5 tore manрам Ne, dass ist französisch Le informal Ford... Der grabs sell-infles, richtig G Oh, man Wenn du dich versteckst, macht den Untertitel. Ja. Nein. Wow. Wow. Aus. Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Kopf runter. Dann muss halt rüber. Pass auf, aber wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du dein Licht anlassen, wenn du für den Klicker kommst. Die sehen mich. Wow. Nichts passiert. Alles ist total okay. Fuck, wieso habe ich mich so erschrocken? Wieso erschrecke ich mich? Weil es ein Stuhl war. Stühle sind angsteinjagend. Ich habe Angst vor Klickern. Ich habe fucking Angst vor Klickern, Alter. Alter, schwören so. Ich bin damals nicht weitergekommen, weil da eine Riesenhorde von Zombies war. Und ich da nicht vorbeigekommen bin. Weil ich zu dumm war. Den Part darfst du auch dann spielen. Ja. Ja. Hilf mir jemand. Hier ist ein Klicker, aber mach mal ein bisschen Lärm. Das ist immer gut. Ja. Die Lärm ist ja nicht. Nee, die sind auch. Das war's. Okay. Aua. Der Lärm hat noch nicht genug Aufmerksamkeit auf uns auf sich gezogen. Ja. Bist du okay? Nicht passiert. Suchen wir Vorräte. Zum Anfertigen? Aaaaah. Scheiße. Wow. Scheiße. Du sagst das. Ach du sagst das. Was ist denn vielleicht so was drin? Auch nicht wenn ich schlage? Nein. Also schon wie schlägt sie zu? Ah klar stimmt ja. 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 Läscher Motor. Motor. Also nicht will pass auf. Ja. Verartiglich. Ja. Vielen Dank. Neues Rezept. Ja. Lumpen. Ach das Tropfensymbol ist Alkohol. Lumpen und Alkohol. Aha. 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 Nicht englisch reden. Englisch klingt das Spiel aber besser. Halte. Achso. Zack. Und wie verärzt ich mich nochmal? Du musst auswählen mit den Pfeiltasten. Ja. Ist ausgewählt. Und dann R1 gedrückt halten. Stimmt. Danke dir. Immer gern. Das weiß ich noch. Gut. Dafür wusste ich aber den Rest der Steuerung nicht. Ja. Gut gut. Was natürlich super hilfreich ist. Aber welche Schwierigkeiten hast du für Spiel warst eigentlich? Äh. Konten wir nur reinstellen. Ja. Machen wir das wir hier weg kommen. Ich bin nicht dafür. Das eine Geräusch hast du dieses komische Quieken gehört? Ich meine ich kenn ja noch ein paar andere Mutationen und deshalb macht mir das jetzt ein bisschen zu schaffen. Ja der vibriert der Controller. Ja der vibriert der Controller. Ja der macht es nicht einfach mal. Ja was macht denn der Wachmann da? Der hängt so ein bisschen ab. Ja. Hängt. Rum. Ha. Rum. Hängen. Wo ist Ellie? Komm schon Ellie. Ellie? Ellie? Ah. Beierfuß. Da bist du ja. Na komm. Oh die kann springen alter. Das geht schon mit ausgestrecktem Arm. Guck mal reichen hoch. Aber die ist ja jung. Ja und leicht. Komm große. Gib mir die Hand. Ja. Großer der du da stehst wo du eigentlich gar nicht bist. Ah Dreieck. Oh. Das muss dann eine Powerfrau sein wenn ich den Joel einfach so hochziehen kann. Bei mir wäre sofort die Schulter ausgekugelt. Klicker. Ich muss los los. Okay. Und jetzt? Und jetzt? Das ist irgendwie irgendwie vorbei. Noch eine Zwischensequenz. Was? Hast du noch? Ne. Jetzt hast du wieder. Ja. War das die Stelle? Ne 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 ne. Da würde ich noch nicht hin dürfen. Lauf erstmal ein Stück weiter. Ne ne ne. Hier hatte ich schon. Mann. So perfekt durch Tür. Der hört das nicht oder was? Dann pack dir mal den, den, den Ziegelstein da. Ich hab ja schon Ziegelsteine. Jetzt hat er es gehört. Wo ist das Gerüst? Ich hab keinen Plan. Aber nicht bei dir. Ich seh sie nicht. Ah da. Ja. Okay. Wir sind im sechsten Stock. Ich glaub das war's. Elli. Alles klar? Bis auf die volle Hose. Alles klar. Dann los. Ähm. Wie viele Klicker hörst du? Viele. Viele bunte Klicker. Was? Moment. Hallo Klicker hier sind wir. Warum? Bitte die Damen. Okay. Komm. Warum? Warum? Ich will keine Klicker. Die Treppe ist dicht. Gehen wir wieder hoch? Das ist verrückt. Nicht nach unten schauen. Was? Machst du Witze? Wie lange? Wie viele Jahre hängt das da schon rum? Ich mach keine Witze. Wenn ich Witze erzähle, dann lacht niemand. Wie viele Jahre hängt das da schon rum? Also ich. Waaat? Laut deiner Rechnung etwa? 25 Jahre? Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr ob es 25 oder 20 waren. Es hieß doch am Anfang 20 Jahre später. Dann sind es 20 Jahre. Also seine Tochter war 13. Sagen wir, er hat sie sehr jung bekommen. Er hat sie sehr jung bekommen. Ich kann mich nicht weiter bewegen. Ah. Jetzt ist es. Okay. Kleine Fehler. Er hat sie jung bekommen. Also mit 25. Oder 27. Bis 20 ist es 47. Und 20 Jahre später, dann wäre er 67. Das macht irgendwie keinen Sinn. Nein, dann wäre er 47. Achso. Kriegt sie mit 25. Plus 12. Bis 14. Sind 37 bis 47. Wäre er jetzt 57. Selbst das finde ich nicht ganz passend. Ich sehe mir, dass er zum Ausdruck bleibt bei dem Mächten halten. Neue Waffe. Hier war es. Ich glaube hier kam ich nicht weiter. Schalte durch das Inventar. Schalte durch das Inventar. Lass uns dann los. Wenn du so schnell redest, dann verstehe ich dich nicht. Und auch die Zuschauer nicht. Du kannst mehr Waffen mitnehmen, als du Halfter hast. Zusätzliche Waffen werden in deinem Inventar abgelegt und können gegen eine ausgerüstete Waffe ausgetauscht werden. Wähle eine Waffe zum Austauschen aus. Halte X gedrückt, um dein Inventar aufzurufen. Schalte durch das Inventar bis... Schalte durch das Inventar bis deine gewünschte Waffe im Ausrüstungsblatt befindet und lasse dann X los. Bis sich. Was? So jetzt könnte ich... Halten. Achso halten. Ich will jetzt aber nicht mit dem Revolver rumspielen. Ich bleib bei meiner Pistole, die mehr Schuss hat. Ich glaube der Revolver macht mehr Schaden. Ich glaube ich muss es wechseln. Ja, das andere macht mich mehr laut. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Helio, jetzt kommt deine Lieblingsstelle. Ja, das war hier. Ja. Das war hier. Hier bin ich nicht weitergekommen. Hast du Angst? Oder... Ich bin noch einmal weitergekommen. Klick, klick, klick. Ja, nicht klick, klick, klick. Klick mich im Arsch, Alter. Nein. 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 Ich glaube ich habe es dann doch irgendwann vorbei geschafft. Ach, aber die Stelle, die ist witzig. Die magig. Du kannst es auch mit Besoffenen vergleichen. Du machst viel leer. Nice. Nimm. Mach ich ja. Ohne und Uhr. Ich werde sagen, du brauchst was zum Ablegen. Und... Tadai. Dieses Jahr erst frisch verwandelt. Mhm. Yeah. Sag mal, hast du dem gerade an den Arsch gegriffen? Ja, an den Holster. Ah, Holster ist nicht Arsch. Und Arsch ist nicht Holster. Arsch bist Hose. Was? Die dürfen dich nicht sehen. Genau. Weder sehen noch hören eigentlich. Richtig. Du kannst ja wieder irgendwas werfen, um sie abzulenken und dann... Ich gehe mal andersrum. Da gab es auch andersrum irgendwie? Ja. Ah, hast du recht. Also nicht, dass ich dich überrascht wäre, dass du recht hast. Oh oh. Hä. Oh Gott. Oh Gott. Das war unter anderem einer meiner Probleme. Nein. Und ein Klicker. Und... Ups. Oh oh. Fuh. Sag ich mal? Ja. Aber erst im nächsten Part. Oh, schade. Ja. Das war's schon? Für diese Folge? Ja. Na gut. Oh, nicht dann! Ich stehe noch bei dir! Halla! Ja! Du Wahnsinniger! Oh oh! Oh oh! Schnell, Part beenden! Nehm mir das! Und... Vielen Dank fürs Zuschauen! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder! Tschüssi! 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 Tschüssi attracts sunglasses!